Hallo, du. Hallo, 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 hallo. Ich habe gehört, du kannst nicht einschlafen. Da habe ich hier das Perfekte für dich. Wir machen heute ein super slow ASMR für Leute, die nicht einschlafen können. Wie klingt das? Gut? Das ist sehr schön. Ich werde auch direkt anfangen, und zwar einfach nur ein bisschen den Gesicht zu berühren. Ganz vorsichtig dich ein bisschen runterzubringen. Ein bisschen. Warte mal, ich setze mich mal richtig an. Lick, 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 lick. Face, lick, 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 lick. Vositive Energie zu dir. Vositive Energy. Ich fahre ein bisschen dein Gesicht lang. Deine Nase entlang. Und hier unten in deinem Kinn. Du kommst schon ein bisschen runter, ja? Das ist sehr, sehr gut. Und... Face touching, lick, 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 lick. Und auf deine Stirn. Und dein Fagenrot. Und auf deinem Kinn. Тonna. Dip. 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 Da ein bisschen tracing. Teine Okla. Deine Nase Okla. Na tiden. Die Cloud Kris. Der Mond. Und smile. Sehr gut. Du brauchst nicht toll lächeln. Wenn du willst, brauchst du auch gar nicht lächeln. Aber manchmal tut es gut zu lächeln. Nach mal deine Wangen runter. Deine eine Wange. Deine andere Wange. Deine andere Wange. Deine andere Wange. Deine andere Wange. Sehr gut. Augen zu. Augen zu. Augen zu. Ich streche einmal über dein Gesicht. Ganz vorsichtig nur über dein Gesicht. Einmal drüber fahren. Einmal so. So. Okay. So. Sag, ob das angenehm ist. Sehr gut. Nochmal über dein Gesicht rüber fahren. Und drüber fahren. Und drüber fahren. Und drüber fahren. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Als nächstes habe ich hier dieses Massiergerät. Ich würde es nur ganz leicht ein bisschen benutzen, um aus deiner Haut entlang zu fahren. Ganz vorsichtig. Okay. Bist du bereit? sehr gut auf deine Stirn. Sehr gut auf deine Stirn. Ich habe hier auch noch diese Matte. Die ist einfach zu massieren und Körperstellen. Ich würde sie dir einfach gerne so über das Gesicht fahren. So. Macht auch ein wundervolles Sound. Und die Bürsten, oder die kleinen Borsten hier, die sind so weich. und massieren können. Das sollte eigentlich den Stress, den du im Gesicht hast, komplett verschwinden lassen. Gut. Du wirst mich jetzt gleich erstmal nicht für so sehr sehen. Ich versuche das für dein gesamtes Gesicht zu machen. Okay. Okay. Schön entspannen. Such dein Gesicht ein bisschen, da dran einzuwickeln. Okay. Schön entspannen. Wie viel zieht das an? Gut. Ich mache nochmal an einzelnen Stellen. Zum Beispiel an deinem Kinn. Und an deine Wange. Und an deine anderen Wange. Du wirkst schon etwas entspannter, das freut mich sehr, das ist euch voll gut. Soll ich nochmal auf der Stirn machen? Ja? Und so. Ein bisschen intensiver, so. Sehr schön. Ich würde sagen, wir können noch dieses Massagegerät noch gebrauchen. Ich mache nur ganz leicht. Und auf der Seite. Und wieder auf deinem, auf deine Stirn. Noch ein bisschen mehr, ein bisschen intensiver ist das okay. Ein bisschen scrub, scrub, scrub attack. Sorry. Das ist eine Referenz, die wahrscheinlich die meisten Leute nicht verstehen. Egal. Ist nicht so wenig. Dann machen wir hier noch, dass hier ein bisschen die Haut, also dass die Haut durchblutet ist. Und dazu bringen, dass es ein bisschen Durchblutung ist. Aber nicht zu viel. Weil es soll ja noch entspannend bleiben. Wundervoll. Ich habe hier eine Tinktur. Die mache ich dir gleich mal drauf. Die ist zum Desinfizieren der Haut und um die Poren zu reinigen. So. Und hier brauchen wir auch gar nicht. Jetzt kommt wieder ein bisschen Facetouching. Das zieht relativ schnell ein. Die Dase nochmal. Und die Haut. Perfekt. So. Als nächstes haben wir hier ein spezielles Serum, was man auch ein bisschen wie eine Maske verwenden kann. Was dafür dient, dass deine Haut strahlender ist, dass du mehr Feuchtigkeit einziehen kannst. All in all. Sehr positiv. Ich finde, das sieht auch so schön aus. Guck mal. Ja, du musst nicht gucken. Lass gerne die Augen geschlossen. Das ist nur für die, die vielleicht noch die Augen offen haben wollen. Aber du kannst die jederzeit geschlossen halten. So. Mach das mal auf. Das kann ein bisschen dauern, weil die relativ schwer zu öffnen sind. Aber ich habe es direkt geschafft für das erste Mal. Hier ist jetzt so diese Serum drin. Das kommt jetzt auf meine Hand. Oh, es ist wirklich sehr gletschig. Das machen wir jetzt auf dein Gesicht. Lassen wir uns ordentlich Zeit mit. Dann wird das auch überall hinbekommen. Hier an der Nase, an alle Ecken. Vielleicht erwischt man ja die Ecken hier nicht. Okay. Dann noch ein bisschen. Dann noch dein, dein Kinn. Okay. Pass auf. Moment. Ich will dich nicht pieksen. Ich mache hier. nochmal so ein bisschen zu. Ist das okay? Das ist schön. Okay. So. Wie ganz entspannend. Es riecht auch gut, ne? So. Jetzt sollte das eigentlich überall verteilt sein. Ich massiere nochmal ein bisschen auf deinem Kinn. Und hier an der Seite lang. Und auf der Seite. Und auf deinem Stirn. Okay. Du bist jetzt schon ziemlich müde und fertig. Ich merke, du bist schon ziemlich entspannt. Nimm dir einen Augenblick Zeit tief einwandeln. Oh, das riecht auch so gut. Riecht so gut. Okay. So. Und während das in deine Haut einzieht und wirkt und dich beruhigt, machen wir, damit du auch wirklich schlafen kannst, einen kleinen Countdown. Ich habe hier einen kleinen Schalter und wenn ich den drücke, sage ich eine Zahl. Und wenn du diese Zahl hörst und dieses Klicken hörst, dann versuchst du dich immer noch ein Stückchen weiter zu entspannen und fallen zu lassen. Wenn du nicht eh schon am schlafen bist, aber dieser Countdown ist dafür da, dass du immer tiefer in den Schlaf hinein fällst. Und ich hoffe, dass du dann einen erholsamen Schlaf finden kannst. Ich sage jetzt schon mal, dass ich dich lieb habe. Und wir fangen mal an mit dem Countdown würde ich sagen. Und ich versuche das Arme schlafen, dass du dich kompetent wirst. Lassen Sie dann Summer Effekt und die Tube! Neun 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 Acht 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 Seben Seben Sex Sex SeAh 5 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 6 7 7 9 10 11 11 10 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 20 20 21 21 21 22 23 22 22 Eine gute Nacht.